eine vor langer zeit wird mir verbandelte und mittlerweile in englonesien bei den frischbiertränkern lebende freundin hat mir eine pflöte mitgebracht und zwar von clark tin whistle in d und um jetzt beweisen dass ich mit sowas auch tatsächlich irgendwelche geräusche mache da gibt es auch gleich ein video so 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 Untertitelung des ZDF, 2020